ja hallo heute bin ich mal auf dem weg zu der wiese mit den zwei bäumen da hinten rechts könnt ihr das feld erkennen wo ich drauf stand als ich darüber gefilmt habe und ja heute bin ich mal auf der anderen seite des baches unterwegs und guck mal was hier so geht alles klar bis gleich erster fund für heute direkt hier unter der eiche eine patronen hülse weiter geht's keine ahnung was das hier ist gibt ein konstantes signal von fokus gibt ein konstantes signal von 70 würde ich eben habe ich schon mal sowas rausgeholt genau dasselbe keine ahnung weiter geht's also ich habe jetzt hier ein signal muss irgendwo in dem app klumpen sein kam mit einem leitwert von 95 mal schauen das ist eigentlich irgendwo drin sein das ist ja so kann ich es ist weg das ist doch noch drin ich dachte ich hätte es draußen da hinten ist es muss noch mal graben bis gleich trommelwirbel ich habe es draußen was ist aber da geht's ihr seht es vielleicht schon und zwar habe ich hier einen kleinen münz fort gefunden der deutsche mark von 1989 und fünf mark von 1990 so kann es weitergehen bis gleich und es geht wirklich so weiter das ist hier vorne war das andere noch hier ist das nächste 2 mark fokus von 1977 weiter geht's so noch mal was direkt daneben irgendwo hier müsste es eigentlich drin sein noch eine münze noch eine münze wäre natürlich toll tatsächlich ich werde verrückt das ist hier ein richtiger münz fort noch eine deutsche mark von 85 hammer weiter geht's so das nächste signal wird langsam schon dunkel ich bin hier nach feierabend noch mal schnell her gefahren weil ich einfach die wiese antesten wollte mit den münzen ich bis jetzt gefunden habe echt nicht schlecht und das nächste signal ist hier irgendwo in diesem aus hier haben wir es auch schon ja das ist eine gewährhülse oder eine patronenhülse platz platz keine ahnung scheißviecher stell scharf 86 wa naja weiter geht's aus in dieser